Haben Sie die 60 überschritten und merken, dass das Abnehmen trotz gesunder Ernährung immer schwieriger wird? Was, wenn ich Ihnen sage, dass es eine einfache und effektive Methode gibt, Gewicht zu verlieren, ohne Stunden im Fitnessstudio zu verbringen? Intervallfasten ist eine smarte Strategie, die nicht nur beim Abnehmen hilft, sondern auch Ihre Gesundheit stärkt und Ihre Energie steigert. Und das ganz ohne schweißtreibende Workouts. In diesem Video erfahren Sie, wie diese Technik Ihr Leben auf natürliche Weise verändern kann. Bleiben Sie dran, um zu lernen, wie Sie Intervallfasten sicher und effektiv in Ihren Alltag integrieren. Intervallfasten ist keine Diät im klassischen Sinn, bei der Sie ständig auf die Zutatenliste starren müssen. Stattdessen dreht sich alles um das Wann, nicht das Was. In den Fastenzeiten schaltet Ihr Körper auf Sparflamme, was die Fettverbrennung ankurbelt und Energie effizienter nutzt. Es gibt verschiedene Methoden, die Sie problemlos an Ihren Lebensstil anpassen können. Die 16-8-Methode. Hier essen Sie innerhalb von 8 Stunden, zum Beispiel 12 bis 20 Uhr, und fasten die restlichen 16 Stunden. Die 5,2-Diät. An 5 Tagen essen Sie ganz normal. An 2 Tagen reduzieren Sie Ihre Kalorien auf etwa 500 bis 600. Was das Intervallfasten für Menschen über 60 besonders spannend macht, ist seine Einfachheit. Keine radikalen Verzichtsmaßnahmen, kein ständiges Kalorienzählen, einfach integrierbar und dennoch voller Vorteile. Gerade im Alter, wenn der Stoffwechsel langsamer wird, können Sie mit Intervallfasten den Fettabbau fördern, besonders bei viszeralem Fett. Dieses gefährliche Bauchfett erhöht das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes. Außerdem verbessert Intervallfasten die Insulinempfindlichkeit, was besonders für die Vorbeugung und Kontrolle von Typ-2-Diabetes wichtig ist. Sie stabilisieren Ihren Blutzuckerspiegel und fördern eine bessere Stoffwechselbalance. Und das, ohne eine einzige Kniebeuge machen zu müssen. Aber das ist noch nicht alles. Intervallfasten wirkt auch entzündungshemmend. Chronische Entzündungen, die Krankheiten wie Arthritis, Alzheimer oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern, werden reduziert. Außerdem aktiviert es zelluläre Reparaturprozesse, die vor vorzeitiger Alterung und Krankheiten schützen. Kurz gesagt, Intervallfasten ist eine echte Geheimwaffe für alle über 60, die fitter, gesünder und leichter durchs Leben gehen wollen. Ohne sich zu quälen. Denn wer sagt, dass Abnehmen und Gesundheit immer schwer sein müssen? Wenn wir essen, läuft alles auf Hochtouren. Aber sobald wir nicht mehr essen, sinkt der Insulinspiegel rapide ab. Das gibt dem Körper das grüne Licht. Run an die Fettreserven. Dieser ständige Wechsel zwischen Essen und Fasten ist genau das Geheimnis, warum Intervallfasten so genial bei der Fettverbrennung wirkt. Ganz ohne Sportmarathon. Für Menschen über 60 ist das ein Jackpot. Denn intensive Workouts sind oft keine Option mehr. Sei es wegen Gelenkproblemen oder weil der Körper nicht mehr so will wie früher. Intervallfasten bietet hier eine einfache und gelenkscholende Lösung, um das Gewicht auf sanfte Weise in den Griff zu bekommen. Und das Beste? Es hilft auch, die Kalorienzufuhr zu zähmen. Denn mit einem kürzeren Zeitfenster zum Essen wird oft automatisch weniger gegessen. Voila! Weniger rein, mehr raus. Das Ergebnis? Ein sicherer, nachhaltiger Gewichtsverlust ohne Crash-Diäten. Aber wie startet man am besten? Der Schlüssel liegt darin, entspannt zu beginnen und das Fasten an den eigenen Rhythmus anzupassen. Eine super Anfängermethode ist die 12-for-12-Regel. 12 Stunden Essen, 12 Stunden Fasten. Davon schläft man den Großteil sowieso. Sobald der Körper sich daran gewöhnt hat, kann man langsam zu 14 oder 16 Stunden Fasten übergehen, um die beliebte 16-zu-8-Methode zu erreichen. Doch aufgepasst! Während der Essensphasen sollte Qualität vor Quantität stehen. Also her mit magerem Eiweiß, Gemüse, Obst und gesunden Fetten wie Avocado oder Olivenöl. Und Finger weg von Zuckerbomben und Fertigfraß. Vergesst auch nicht, trinken ist König. Wasser, ungesüßter Tee oder Kaffee ohne Schnickschnack sind perfekt, um den Körper optimal zu unterstützen und den Hunger zu zähmen. Natürlich sollte man bei gesundheitlichen Problemen wie Diabetes oder Bluthochdruck vorher den Arzt konsultieren. Sicher ist sicher. Mit Geduld und der richtigen Strategie kann Intervallfasten ein echter Gamechanger für Gesundheit und Gewicht sein. Und um ein paar Mythen aus der Welt zu schaffen. Nein, Intervallfasten macht euch nicht schwach oder krank. Besonders nicht, wenn ihr es klug und mit ärztlicher Rückendeckung angeht. Klar, die ersten Tage können etwas knurrend im Magen sein. Aber der Körper passt sich schnell an. Und viele fühlen sich während des Fastens sogar fitter und energiegeladener als vorher. Also, ran ans Fasten. Euer Körper wird es euch danken. Mahlzeiten und Muskelmasse. Ein wichtiges Thema. Wenn ihre Ernährung während des Essensfensters reich an Proteinen und Nährstoffen ist, brauchen sie sich beim Intervallfasten keine Sorgen, um den Verlust von Muskelmasse zu machen. Im Gegenteil. Es kann sogar dabei helfen, Muskeln zu erhalten, da der Körper lernt, Fettreserven als Energiequelle zu nutzen. Aber wie sieht das bei älteren Menschen aus? Ist Intervallfasten ab 60 sicher? Absolut. Vorausgesetzt, sie gehen es schrittweise an und lassen sich ärztlich begleiten. Der Schlüssel ist, die Methode auf ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Dann wird das Fasten zu einem effektiven und sicheren Werkzeug. Motivation gefällig? Hier kommen echte Erfolgsgeschichten. Eine 69-jährige Frau hat durch Intervallfasten beeindruckende 36 Kilo abgenommen, ohne schweißtreibende Workouts. Sie begann mit der sanften 12-für-12-Methode und steigerte sich auf 16.8, als ihr Körper sich daran gewöhnt hatte. Anfangs war sie skeptisch, vor allem weil strikte Diäten in ihrem Alter oft nicht empfohlen werden. Doch mit ärztlicher Unterstützung und angepasster Ernährung hat sie nicht nur Gewicht verloren, sondern fühlt sich heute energiegeladener und leidet weniger unter Gelenkschmerzen. Ein weiteres Beispiel ist ein 65-jähriger Mann, der seinen Blutzucker in den Griff bekam und seine Abhängigkeit von Medikamenten gegen Typ-2-Diabetes deutlich reduzieren konnte. Durch Intervallfasten verbesserte sich seine Insulinempfindlichkeit und er fühlte sich insgesamt vitaler und das ohne radikale Änderungen an seiner Ernährung oder seinem Bewegungsplan. Warum sollten Sie es nicht ausprobieren? Intervallfasten ist simpel, effektiv und gerade für Menschen über 60 eine großartige Möglichkeit, Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Neben nachhaltigem Gewichtsverlust können Sie mehr Energie und ein gesünderes Leben genießen. Wenn Sie starten möchten, gehen Sie langsam vor und sprechen Sie vorher mit Ihrem Arzt. Schließlich wollen wir, dass Sie gesund und voller Elan bleiben. Hat Ihnen dieser Inhalt gefallen? Dann liken Sie das Video, abonnieren Sie unseren Kanal und teilen Sie Ihre Erfahrungen oder Fragen in den Kommentaren. Dann haben Sie das Video, abonnieren Sie das Video, abonnieren Sie, abonnieren Sie, abonnieren Sie, abonnieren Sie jetzt ein bisschen